Hi, ich grüße euch. Ich heiße Natalia und mein Künstlername ist C-Labor. Ich würde euch gerne die moderne Kunst des Resinart nähe bringen. Es ist eine von der neuen Kunstrichtungen, bei der mit Epoxidharz gearbeitet wird. Ich bin seit etwa zwei Jahren in dieser Richtung aktiv und habe über 100 Werke geschaffen. Heute präsentiere ich einer meiner Werke, das die Ruhe und Frieden verkörpert und neue Horizonte für unsere Wahrnehmung der Welt eröffnet. Mein Ziel ist es nicht nur die Schönheit und das Tätig der Welt um uns herum auszudrücken, sondern auch Funktionalität zu verleihen sowie Zuschauer zu inspirieren und sie dazu zu bringen, die Grenzen der Kunst zu erweitern. Mein Gemälde entführt uns in eine abstrakte Realität, in den Farbformen mit Harmonie miteinander verschmelzen und unsere Geister und Herzen mit ungewöhnlichen Empfindungen erfüllen. Möge es für jeden von uns eine Quelle der Inspiration und Schönheit sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Möge 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020